Und ein Moinzen zu diesen VfB-News, wie auch schon im letzten Podcast gesagt, entweder Teil 1 oder Teil 2, je nachdem, was ihr hier zuerst hört. Hier, der wird wahrscheinlich einen Ticken länger werden, würde ich mal tippen, auch von den Tabs, die ich hier offen habe, hat sich ja in der einen Woche, die ich einmal zwischen Podcasts habe, wieder so viel entwickelt und hier soll es nur rein um VfB intern quasi gehen. Präsidentschaft, Vogt, Hitz, Geiser, Mutschler, bla bla bla. Ja, wir gehen ja so ein bisschen die Tweets und Artikel durch, chronologisch, ja, müssen glaube ich in Ordnung sein, chronologisch, vielleicht mal einen Artikel irgendwie ein bisschen verschoben oder so, von der genauen Uhrzeit her, ne, doof gesagt. Genau, auch hier wieder alle News oder alle Quellen und so weiter sind alle wieder verlinkt, alle Tweets, Artikel und so weiter. Und das andere Ding ist, hier wieder so, ne, heute, das 17.02. und dann so 15 Uhr oder sowas, beziehungsweise gut, ein bisschen Pause, also schon so 13.30 oder so, 14.30 oder sowas, ähm, genau. Weil ich glaube, seitdem ist nicht noch der Nächste irgendwie zurückgetreten oder sowas. Wir gehen mal durch. Wir hatten ja erstmal am 11. Februar, ähm, ist ja schon ein bisschen länger her, war noch vor dem Spiel, aber halt immer noch, ähm, seit dem letzten Podcast, seit dem letzten Mittwoch, äh, kam der Spiegelartikel, die Aufverbeihung der Datenaffäre entzweit die Stuttgarter Führungsriege, dabei geht es auch um die Interpretation der Ermittlungsergebnisse, nun fällen Juristen ein vernichtendes Urteil. Ja, der Vertikalpass dann ein Screenshot gemacht, eine Kölner Rechtsanwaltskanzlei, die vom Präsidium des VfB Stuttgart beauftragt worden war, den ESECON-Bericht rechtlich zu bewerten, kommt nun zu einer ersten Stellungnahme, zu einem schonungslosen Ergebnis. Die Vereinsmitglieder seien arglistig getäuscht worden, rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen im Verein seien deshalb zu prüfen, und die Abberufung von Präsidiumsmitgliedern, äh, in Zitat, äh, naheliegend. So, machen wir weiter, auch sehr interessant, bitte mal durchzählen, gibt es auch hier einen Artikel, ähm, dass der VfB gefühlt 10 verschiedene, äh, Anwälte am Start hat oder Kanzleien am Start hat, hier ESECON, ESECON Legal Services, Haver, Mailänder, Seitz, Gerke, Wollschläger, Redeker, Sellner, Das, Gleis, Lutz, Osborne, Clark, ähm, also einige, einige sind da drin. Und drin dann die, ja, wieder mein Statement von den Fans, vom Kommando Cannstatt haben sie wieder vor die Arena, äh, einen Banner hingehangen, die Betrüger zum Teufel jagen, Vogt aufstellen. Na, hier beim Kicker kam am 12.02. ähm, Vereinsrechtsexperte zur VfB-Affäre, das erschien mir undemokratisch zum Thema, dass man Vogt, vielleicht war ja damals noch unklar, ähm, ob man Vogt aufstellt oder nicht, ähm, und das erschien dem Herren hier ein bisschen quasi undemokratisch, ist auch so ein bisschen mein Verständnis, dass man halt dem Präsidenten, dem demokratisch gewählten Präsidenten auch die Möglichkeit gibt, sich zur Neuwahl aufzustellen. So, dann kamen schon die ersten Meldungen, Mitgliederversammlung am 28. März, wurde von 18. auf den 28. verschoben, ähm, ist auch aktuell noch der Stand der Dinge, ähm, Sonntag, 18. März um 13 Uhr eine virtuelle, äh, das haben der Herr Geiser und der Herr Mutschler noch durch, äh, geschoben über Mehrheitsbeschluss gegen Vogt, der auch dann auch ein Statement rausgebracht hat, äh, dass er das nicht so geil fand, genauso wie die über 140 offiziellen Fanglubs und sehr viele Mitglieder, ähm, die sich einfach dagegen ausgesprochen haben. Gab es ja auch die, ähm, die Banner Club beim Spiel zum Beispiel, oder bei vielen Spielen quasi keine Online-Mitgliederversammlung und sowas, ähm, ähm, genau, dann die News der Zeitung, des Zeitungsverlag Weiblingen. VfB-Präsident Klaus Vogt will E-Second Abschlussbericht offenlegen. Bernd Geiser und Rainer Mutschler verhindern die Veröffentlichung. Ähm, dann gehen wir chronologisch weiter. Dann gab es nämlich das Interview vom Hitz in der Halbzeitpause, was glaube ich zum Spiel, äh, Hitzesberg hat eben Sky-Interview auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, mit Klaus Vogt als Präsident zusammen, zusammenarbeiten zu können. Gesagt, das müssen die Mitglieder entscheiden. Klare Aussagen Richtung Vereinsbeirat des VfB Vogt aufzustellen. Danke, Hitzesberg, das war zumindest der Herr Riedmüller interpretiert. Ähm, genau, und dann auch interessanter Tweet, auch passender Tweet. Stellt euch mal vor, was in Sachen Datenaffäre, Aufklärung, Transparenz und so weiter passiert wäre, wäre Klaus Vogt nach Thomas Hitzesbergers Brief zurückgetreten. Der Move mit dem Brief war nicht unüberlegt, das war Kalkül. Man stellt sich vor, ne, wie man es ja auch so, wie gesagt, hier auch bei allem. Die Quellen sind irgendwelche Tweets, zugegebenermaßen auch von Leuten, die das schon gut, gut Ahnung haben, würde ich mal sagen. Also da gibt es einige VfB-Werks mittlerweile, die gefühlt die Satzung auswendig können, so doof gesagt. Dazu halt auch die ganzen Artikel, ne, sei es Stuttgarter Nachrichten, sei es Weiblinger, äh, Zeitung, sei es, ähm, der Spiegel, sei es der Kicker, auch die Bild, auch wenn die so ein bisschen negativer zum VfB war, aber auch die Bild hat schon alles berichtet. Also an den Sachen, die hier auch viel von, von Twitter-Usern oder halt VfB-Fans, Mitgliedern, äh, rausgeballert wurden oder auch dessen Meinung ich quasi vertrete, ähm, ist natürlich sehr beeinflusst dadurch. Aber wenn es halt tausende Leute schreiben, wird auch nicht so wenig daran sein, ne, und deswegen, ähm, man stelle sich vor, Klaus Vogt wäre weg. Vielleicht, klar, weil es ist ja mittlerweile auch wirklich das Land quasi mit drin, ne, Staatsanwaltschaft und so weiter, Datenschutzbeauftragter. Die Frage ist nur, wann das passiert wäre und ob, wie viel Aufklärung da passiert wäre und ob eben jetzt, was gleich noch kommt, ob das große Stühlerück beim VfB so passieren würde, wie es jetzt passiert ist. So, das meine ich auch zu bezweifeln, dass wenn Vogt nicht dran geblieben wäre und dort geblieben wäre, dass vielleicht, ja, schon was passiert wäre, vielleicht auch ein paar Konsequenzen, aber vielleicht nicht unbedingt so krass radikal, wie es jetzt gerade zugeht. Wir haben ja gefühlt, werden in den nächsten News noch kommen, wir haben ja gefühlt keinen Verein mehr. So, ist ja alles leer. Genau, gehen wir weiter. SWR, natürlich die auch, ne, auch mit, auch die noch dazu zu nehmen, zu Kicker und so weiter. VfB könnte Rückabwicklung der Ausgliederung drohen. Also es kommen immer dickere Dinge raus. Ich bin sehr, sehr gespannt, Hitzesberger meinte, glaube ich, auch im Interview, dass irgendwie Ende Februar irgendwie noch mehr Ergebnisse vorliegen sollen. Das Isikon-Ding, haben wir ja gerade gehört, sollte schon veröffentlicht werden, haben sich Leute dagegen gewehrt. Und dann natürlich auch dann, was der Datenschutzbeauftragte macht, was das Land quasi macht. Aber, ne, da kommen schon wirklich dicke Dinge raus. Weil es ist auch so ein Ding gewesen mit den Ausgliederungen, wo scheinbar auch an der Wahl irgendwie was komisch war, was aber auch wieder widerlegt wurde durch ein Statement vom VfB. Sehr, sehr gespannt. Personell ist ja einige passiert, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber es hat noch mehr passiert, ne. Mal gucken, es können ja noch mehr drohen. Sehr, sehr wilde Tage. Dann hier Mittler des Aufsichtsrats. Dann ging es schon los, 13. Februar. Der Aufsichtsrat hat in einer außenordentlichen Sitzung am heutigen Samstag den Einstimmungsbeschluss gefasst, den Vorstand für Marketing und Vertrieb sowie den Vorstand für Finanzen, Verwaltung und Operations mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand abzuberufen. Gleichzeitig wurde quasi Hitzesberger so ein bisschen hier unangeschenktes Vertrauen gegeben. Genau. Heißt, auch komisch, dass sie in dem Statement einfach gar keinen Namen genannt haben, einfach nur ihre Rollen. Aber heißt, Heim und Röttgermann sind raus. War aber auch von vielen Fans dann gleich das klare Zeichen. Nett. Große Figuren. Aber es sind noch weitere, noch größere Figuren noch auf dem Schachbrett quasi. Das sind nur Bauernopfer bisher. Wo direkt die Liste aufgemacht von Leuten. Wie gesagt, ich bin auch ganz ehrlich. Ich bin mehr in die Thematik rein, weil ich natürlich drüber labere und drüber lese und so weiter und viel auf Twitter bin. Aber ich könnte jetzt auch die Satzung oder whatever nicht genau vorsagen und nicht genau die Vergangenheit von Leuten erklären und so weiter. Von solchen. Aber hier die Liste zum Beispiel aufgeführt. Deswegen kann ich nicht bewerten, ob die ein bisschen übertrieben ist oder ob die genauso richtig ist. Keine Ahnung. Aber so die Liste gerade abgehakt wird, scheint sie nicht ganz falsch zu sein von einem Twitter-User hier daheim. Röttgermann sind abgehakt. Und dann drunter folgen für ihn noch quasi die leeren Kästchen, die noch nicht abgehakt sind. Mutschler, Geiser, Port, Jenner, Erhard und Meintock. Dann auch hier das Statement von einem. Ein Präsident bangt um seine Nominierung, weil er sich für Aufklärung und Transparenz einsetzte. Der VfB im Jahr 2021. Das war auch die Frage lange. Hitzberg hat zurückgetreten oder nicht zurückgetreten. Zurückgenommen die Kandidatur. Heißt das jetzt? Doof gesagt, dass es jetzt das war. Vogt wird nicht aufgestellt. Hitzberg hat es erreicht. Vielleicht, ja, wie wir gleich sehen, nee, aber es war ja lange in Frage und hätten, glaube nicht, ja, schon bestimmt einige da, die nicht geglaubt haben, dass er wirklich aufgestellt wird. Dann hier Cem Özdem, ja auch ein großer VfB-Fan und natürlich auch von der Stelle her auch ein recht großer Politiker. Dieser Präsident Klaus Vogt steht für Aufklärung und Neuaufstellung des VfB ohne die peinlichen Skandale der Vergangenheit und Thomas Hitzberg steht für den Erfolg auf dem Rasen. Wenn jeder sich auf seine Rolle konzentriert und Kooperationswillen zeigt, siegt der VfB und so einfach ist es ja. Klar, es gab immer noch viele, die sind enttäuscht von Hitz, aber wie gesagt, auf der Liste zum Beispiel ist er ja auch nicht drauf, ne? Uns wäre, glaube ich, die meisten Fans wäre, glaube ich, wirklich am liebsten, lasst die Aufstellung so und wärt die Leute drumherum los, die man noch quasi die Altlasten nennt von Dietrich und so weiter und die mit dem Datenschutzzeug genauer mit drin waren, eine Datenerfehle. Da war ja Hitz nicht so krass mit drin, zumindest so, wie es aktuell aussieht. Deswegen, einfach lasst das Gerüst, Vogt, Hitz, Misshintat und dann natürlich, Trainerteam und so weiter. Dann, HMS Geschäftsführer, das ist eben die andere Frage dann, HMS Geschäftsführer der VfB Reha Welt GmbH, der Stadion Neckarpark GmbH und Koka G, der VfB Stuttgart Arena Betriebs GmbH, der VfB Stuttgart Marketing GmbH, sowie der VfB Stuttgart Beteiligungs GmbH, Bröttgermann, weiß ja nicht, was GF die Abkürzung ist, wenn ich ehrlich bin, aber auch wichtig bei der VfB Stuttgart Marketing GmbH, was wird da passieren? Das ist nämlich die andere Frage, was passiert jetzt mit den ganzen Leuten, die wir rausgeschmissen haben, beziehungsweise was passiert nicht mit denen, sondern was passiert mit den Positionen, die frei geworden sind? Wie werden die aufgefüllt? Das ist auch ein ganz, ganz dickes, wichtiges Ding. Dann kam es nämlich die Meldung, personelle Veränderungen im Vereinsbeirat am 14. wo er angekündigt wurde, am Sonntag sitzt der Vereinsbeirat zusammen und entscheidet über Präsidentschaftskandidaten. Claudia Meintock und James, wahrscheinlich schon James Bührer, haben ihr Amt jeweils mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Wolf-Dietrich Erhardt auch. Also hier sein Mandat zunächst ruhen lassen wird und damit auch nicht länger Vorsitzender des Vereinsbeirat ist. Ja, der wird quasi, der bleibt irgendwie quasi noch so ein bisschen, bis der, solange der VfB hat, quasi geschäftsfähig ist und diese Geschäftsfähigkeit gesichert ist und dann legt er sein Mandat nieder, so wie ich das verstanden habe. Im Zuge dessen kam quasi gleichzeitig die Meldung, dass der Vereinsbeirat ausschließlich nur Klaus Vogt nominiert hat für die Präsidentschaftswahl, die ja Stand jetzt, da gibt es ja auch weitere Gerüchte, der aber Stand jetzt am 28.03. stattfindet. Also wären wir wieder bei einer Wahl wie damals bei Wolfgang Dietrich, der alleine Kandidat war und dann irgendwie, glaube ich, mit 57% oder sowas gewählt wurde. Also du kannst gerade nur sagen, ja, nein und solange er über 50% hat, ist er Präsident. So, für die nächsten vier Jahre, soweit ich weiß. Was auch schon ein bisschen fragwürdig ist, da ist noch ein C, da kommen wir später noch zu als Kandidat, aber sonst hat der Vereinsbeirat ja auch bei vielen angeklopft und viele haben gesagt, nö, einfach kein Bock drauf. Kann man ja auch verstehen bei dem Chaoten-Club, den wir gerade präsentieren, was die Leitung angeht und was jetzt ja auch klar wieder rauskommt bei so vielen Leuten, die einfach jetzt weg sind und so viel Chaos. Aber generell muss man sagen, klar, ich bin schon mehr Befürworter von dem, was gerade passiert, als ich es nicht bin, mehr positiv als negativ dem zu geneigt. Aber für eine gescheite demokratische Wahl brauchst du einen zweiten Gegenkandidaten. Deswegen fände ich es nicht geil, wenn wir eine Wahl hätten, wo nur Klaus Vogt aufgestellt ist. So ehrlich muss man auch sein. Dann kam hier vom Kicker das Ding, Vogt ist einzig Kandidat und zum Beispiel Marion Mayer-Vorfelder steht nicht zur Verfügung. Die haben es wahrscheinlich auch angefragt. Die Tochter müsste es, glaube ich, sein vom Ex oder länger her, aber war mal Präsident bei uns. Der Gerhard Mayer-Vorfelder war nicht zu meiner Zeit, aber hat ja auch, glaube ich, bei vielen doch schon Ansehen. Ich glaube, ein einfacher Typ war es nicht, aber bei vielen immer noch einen guten Ruf, glaube ich. Genau. Und dann hier, genau das ich gerade gesagt habe, zu einer demokratischen Wahl gehören für mich mindestens zwei Kandidatinnen oder Kandidat-Kandidatinnen. Nichts wegen Klaus Vogt, aber im Sinne des Vereins der Demokratie. Genau, das ist es eben. Und dann hier Alexander Bohnengel, einer von Sky. Sky, der sich über den VfB oder viel um den VfB kümmert auch. Was für ein Traber im VfB in den letzten Monaten und am Ende ist Klaus Vogt der große Gewinner. So eine Geschichte kannst du nicht erfinden. Hat sich jemand schon die Filmrichte gesichert und dann antwortet. Gerade Klaus Vogt drauf. Ja, ich. Auch. Sehr geil irgendwie. Dann hier, wir haben dein Wort. Christian Riedmüller unter einem Präsidenten. Klaus Vogt kandidiere ich im Herbst gerne für das Präsidium bei unserem VfB. Da haben wir auch, glaube ich, kein VfB-Fäng groß was dagegen, dass er Riedmüller eine Rolle bei uns einnimmt. Der hat sich ja weiterhin für Vogt stark gemacht, war ja damals schon der Kampf zwischen den beiden und dem Präsidentschafts- und Präsidentenplatz, den dann der Vogt eingenommen hat. Wo man auch sagen müsste, ja, recht egal, wer von den beiden. Beide cool. Deswegen kann man natürlich auch den Riedmüller sehr, sehr gerne im Präsidium willkommen heißen beim VfB. Hier nochmal genau das von vorhin, VfB-Beirat Erhard. Es ist unerträglich, wie wir uns präsentieren. Und das ist eben auch der aus dem Vereinsbeirat, der dann hier Vorsitzender des Vereinsbeirates ist, so wie es hier aussieht, der eben, wie gesagt, jetzt irgendwie auf die Geschäftsfähigkeit wartet, dann auch raus ist. Dann hier ging es dann weiter mit den Leuten, die die Leute richtig wollten quasi, die man nicht als Bauernopfer nennen kann. Rainer Mutschler zum Beispiel legt sein Amt im VfB-Präsidium nieder. Oder, genau, mit so Zitaten, ein bisschen Nachtritt, Zitaten, halt Teamgeist und Fairbanks sind ganz besonders im Sport unverzichtbare Grundsätze für das Zusammenspiel. Die Basis war nicht mehr gegeben und so weiter und so fort. Genau, der ist gegangen. Ich habe dann nochmal jeweils quasi immer die VfB-Meldung, auch eine Kicker-Meldung so grob immer dazu. Da hat sich die Liste dann erweitert. Haim, Röttgermann, Erhard, Meintock, Mutschler, alle schon abgehakt. Genau, und dann die typischen Tweets. Mal gucken, ob da noch was kommt, weil natürlich dann auch bei den Tweets dann irgendwie meistens nichts mehr hinterherkommt. So, einfach Tweets abgesetzt und noch keine Insider-News irgendwie rausgebracht, leider. Nicht zu früh, Freunde, da kommt noch ein ganz anderes dickes Ende. Gleich mal Lesezeichen setzen und noch ein anderer, vorher nicht zu früh, etwas ist noch im Busch. Ich weiß was, aber ich kann es leider nicht sagen. Lasst bitte einfach ein Like hier, vertraut mir. Mal gucken, ob da noch was bei rauskommt. Ohlicher legt sein Aufsichtsratmandat auch nieder. Ein weiterer, der weg ist. Mit wirklich Fußballkompetenz. Habe ich natürlich auch nie spielen sehen, aber eine große VfB-Legende. Genau, und bei ihm, klar, ist er auch schon einen Tacken älter, der gute Mann. Und der ist dann vor allem wegen, also die meisten haben wir genannt, persönliche Gründe und Jobgründe oder halt Berufsgründe und so weiter. Und bei ihm war es dann halt vor allem auch die persönlichen, gesundheitlichen Gründe quasi. Und dann hier Bild, Volker C, VfB-Präsident Vogt weiterhin hinaus. Der war gerade hier mit Füßen getreten, wo er sagt, jo, war er auch ein Kandidat, der sich beworben hat und halt auch vom Vereinsbeirat abgelehnt wurde. Aber da muss man auch zugeben, kam halt überhaupt keine Begründung mit, warum er nicht zugelassen wurde. Es ist aber nur, nö, keiner war da, der irgendwie okay war so, deswegen, nee, machen wir nicht. So, nur Vogt. Da würde ich schon gerne noch ein bisschen eine tiefgehendere Begründung hören. Und was auch interessant war, was es ja auch immer hieß, du hast quasi in diesem Vereinsbeirat, glaube ich, acht Leute gehabt. Drei waren für Vogt, drei gegen Vogt und zwei enthalten. Irgendwie so, jetzt sind drei aus dem Ding raus, aus dem Vereinsbeirat. Vielleicht waren es gerade die drei, die gegen Vogt waren. Aber weiß man nicht. Habe ich nur irgendwann mal auch in der Stücke an Nachrichten gelesen gehabt, dass es eben diese Aufteilung scheinbar so gab. Drei Pro, drei Contra, zwei enthalten, auch ohne Namen zu nennen. Ja, könnte das natürlich auch sein. Neuer Vorsitzender im Vereinsbeirat. Du musst ja auch immer so ein bisschen die Handlungsfähigkeit dann wieder aufrechterhalten. Der Prof. Dr. André Bühler wurde stellvertretender Vorsitzender und der Vorsitzende wurde der Rainer Wenninger. Sagen wir beide nicht wirklich was, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, ich bin hier kein riesengroßer Experte, was die ganzen Leute angeht und Vergangenheiten und whatever. Aber zumindest diesen Prof. Dr. André Bühler habe ich ein paar Mal schon auf Twitter gesehen, aus der VfB-Bubble quasi. Und ganz lustig, dieser Rainer Wenninger ist tatsächlich einer hier bei mir aus dem Nachbarsort, aus Weiblingen. Genau, dann hier kommen dann die Infos durch. Hatte ich vorhin ein bisschen angekündigt, dass das Stand jetzt noch so ist, aber ich tippe mal stark, dass es bald so nicht mehr sein wird. Dass nämlich die Mitgliederversammlung vertagt wird. So sollen die bereits mehrfach verschobene ordentliche Mitgliederversammlung von 2020 und die von 2021 auf einen Termin zusammengelegt werden. Heißt, auf der Mitgliederversammlung würde neben dem Präsidenten auch das Präsidium und der komplette Vereinsbeirat neu gewählt werden. Ich denke, das wäre genau das Richtige. Scheinbar soll es ja genau so passieren. Dass wir das in Richtung Juni, Juli verlegen. Die MV wäre auch für mich das Zeichen von Vogt, dass er eine gescheite Wahl will. Weil sonst könnte er sagen, ja, easy, geil, Vereinsbeirat. Verein quasi leer. Nur ich bin aufgestellt. Ja, lass es am 28. März machen. Easy, ich bleibe im Amt. Aber so würde es auch heißen, bis Juni ist ja nochmal mehr Zeit. Die Posten sind vielleicht neu belegt und du kannst wirklich dann im Juni den kompletten Verein neu auslegen. Kompletter Verein. Weil jetzt hast du gefühlt, den kompletten Verein geleert fast. Gucken, ob noch irgendwas nachkommt. Aber die großen Namen, die mir so im Kopf sind, sind quasi weg. Oder haben halt ihre, ne, ihre Ämter niedergelegt und so weiter. Und dann können sie im Juni wirklich den Verein komplett, wie es hier auch steht, komplett neu auslegen. Präsident. Hast du hoffentlich auch noch ein paar mehr Kandidaten. Bzw. hat am Ende des Tages dann zwei Kandidaten. Ähm, Präsidium und Vereinsbeirat. Alles, zack, kompletter Verein gefühlt neu aufstellen. Das fände ich die optimale Option. Und natürlich ist halt auch der Fakt, dass es dann vermutlich keine virtuelle MV wäre. Das wäre auch ein Traum, ne. Keine virtuelle. Mal gucken, vielleicht geht da ein bisschen was mit Präsenz. Juni, Juli, wer weiß. Ähm, aber wäre alles besser, glaube ich, als es jetzt Ende März auf Krampf reinzudrücken. Und vor allem die Leute, die das auf Krampf reindrücken wollten, sind jetzt eh nicht mehr da. Weil, nächste, nächste Meldung hier, ähm, Dr. Bernd Geiser legt Mandate nieder. Heißt, gerade aktuell ist, wenn ich das vom VfB alles so richtig verstehe, Vogt der Einzige da oben quasi in diesem Dreierding. Es waren immer Geiser und Mutschler gegen Vogt. So wirkt es immer in den letzten Wochen oder halt auch andersrum. Vogt gegen die beide, wie auch immer. Ähm, du weißt, Vogt ist alleine, quasi der Komplett alleine. Heißt eigentlich auch dann für mich, dass da oben noch irgendwer nachrücken müsste, irgendwann mal, damit man die komplette, ja, Handlungsfähigkeit oder was heißt Handlungsfähigkeit einfach einen normalen Verein wieder hat. Aber mal gucken, was da so kommt. Du musst ja auf jeden Fall die Posten wieder irgendwie auffüllen. Wie Zeit dann das passieren muss, weiß ich nicht, aber wird irgendwann geschehen. Und da ist auch die große Frage. Deswegen, ich sehe das gerade, wie gesagt, mehr positiv, was negativ, was im Verein passiert. Immer mit der Frage, stimmt das alles 100%, was hier abging und was Vogt da quasi nachgestrebt hat, was ja so wirkt. Wird ja immer wieder bestätigt durch Artikel und so weiter und durch die Leute, die jetzt auch gehen und wahrscheinlich wissen, ja gut, scheiße, keine Chance mehr, dann gehe ich halt. Bevor noch mehr ans Licht kommt, doof gesagt, die Frage, wie besetzt du Neue? Das ist dann das große Ding, wie besetzt du Neue? Weil zum Beispiel der Geister hier war scheinbar auch noch eine Marionette damals unterm Dietrich, so klingt es ja immer raus. Das heißt, wirkt ja schon mal nicht verkehrt. Diese benannten Altlasten sind so langsam weg. Wahrscheinlich wollen Fans noch ein paar mehr Leute haben mit Porten noch weg und so weiter und dann schaffst du dir halt auch noch Daimler aus dem Verein raus und dann hast du dir gefühlt, ja, dann baust du das ganze Ding mit quasi doof gesagt keinem Hauptinvestor mehr und sowas, baust du da auch noch ein Loch rein, wenn du den Port auch noch weg haben willst. Das ist weil ich das verstehe. Deswegen, mal gucken, wie es da in Zukunft weitergeht. Damit haben wir aber so ziemlich alles aufgeräumt, was in dieser Woche passiert ist. Es sind ja extrem viele Leute jetzt weg. Mal gucken, wann die ganzen Leute neu nachziehen und auf jeden Fall auch ganz gut, dass du diese MV, ich gehe mal stark vor aus, dass wir die wirklich Juni, Juli machen, weil die beiden, die sie im März noch machen wollten, sind ja jetzt weg. Damit kann man es ja locker entscheiden aus Vogt, sich das ja alleine und können abschließen mit diesem schönen Tweet hier. Der komplette AG-Vorstand des VfB Stuttgart und das komplette EV-Präsidium des VfB Stuttgart von links nach rechts, einfach nur ein Bild oben, wie Hitzesberger und Vogt quasi mit der Faust sich eine Faust geben, quasi sie gegenseitig abklatschen mit der Faust. Ja, der Verein löst sich komplett auf. Stühle rücken des Todes beim VfB. Jetzt mal gucken, was daraus passiert, ob noch mehr folgt. Die offiziellen Sachen, die wir alle auch irgendwo sehen wollen gerne, folgen ja scheinbar noch oder sollten noch folgen irgendwann jetzt Richtung Ende Februar. Auch die offiziellen Geschichten, auch in Sachen Ausgliederung und in Sachen Strafe, die wir zahlen müssen und so weiter, das kommt ja alles noch. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, alles mal aufgearbeitet, was seit der Woche passiert ist. Gucken weiterhin, sehr interessiert, was beim VfB passiert. Jeder kann sich so selber ein Bild machen, gibt immer zwei Seiten der Medaille. Wirklich gerne vielseitig ein Bild davon machen. Ja, und dann gebt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren wieder, was ihr so sagt, gerne zu einzelnen Aktionen, die hier passiert sind oder zu Personen oder wie auch immer. Nur, was sich verbietet, ist irgendwie ein dummes Nachtreten gegen irgendwelche anderen Leute, die jetzt wieder raus sind. Nur, was ihr so generell davon haltet, wie sich der VfB gerade bewegt in Sachen, ja, Vereinlehren quasi. Mal gucken, was da passiert und am Ende des Tages, mal gucken. Es wirkt ja so, als würde Hitz bleiben, auch mit der Verlängerung von Materazzi, die wohl kommt. Wer weiß, es ist ja nichts auszuschließen, es ist aber eine ganz wilde Theorie, vielleicht war das ja auch, keine Ahnung, vielleicht war es ja doch nicht der Plan von Hitz auf Seite der anderen zu sein, sondern auf Seite von Vogt. Aber wie gesagt, das wäre eine ganz wilde Theorie, aber er ist am Ende auch, mit Vogt sind es die Last Man Standing quasi mittlerweile. Und wenn er jetzt dann bleibt und sagt, ja, ich bin zufrieden, keine Ahnung, dann wäre es ja ein bisschen komisch, weil es hieß ja immer, dass von hinten jemand kommt, der Hitz nach vorne schiebt, damit sie Vogt rauskriegen, haben es ja nicht geschafft, am Ende bleiben Hitz und Vogt da und der ganze Rest ist weg. So, vielleicht, vielleicht, aber es ist alles nur ganz, ganz wilde Theorien, ganz genau reingucken können wir da ja eh nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, gebt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung wieder in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020